So, da bin ich auch wieder zurück. Kann jetzt mal gleich aussteigen. Am Hafen sind wir jetzt. Ganz hier unten. Und man soll hier so ein bisschen rüber. Kann ich mir nur das hier vorstellen, ob das richtig ist. Okay, schauen wir mal. Wenn ihr noch weitere Easter Eggs gefunden habt. Ich weiß nämlich noch von einem. Vielleicht kennt ihr noch welche, die ich nicht kenne. Könnt ihr mir gerne aufschreiben. Ist das hier richtig? Ich hoffe, ne? Ja, ist richtig. Würden wir ja normalerweise nicht suchen, ne? Collectible 3. Gut, wir haben ja erst das 2, dann das 1 und dann das 3. Okay, es gibt noch weitere 2. Es gibt noch ein verheiratetes Ehepaar, was man finden muss. Alles für so, für Achievements und so. Und dann gibt es noch ein Easter Egg, von dem ich wohl gehört habe. So, jetzt würde ich am liebsten die Fahrt abbrechen. Die Fahrt ist noch nicht mal gestartet. Ach, und dann auch wieder mit Tickets und so, ne? Kann ich die irgendwie abbrechen oder so? Fahrt abbrechen. Das geht tatsächlich, okay. Gut, ähm, ja. Was machen wir denn noch? Wir können schon mal die nächste Strecke anfangen hier, würde ich mal sagen. Und fahren wieder zum Omnibus-Dings. Aber da mache ich einfach nur vier von hier und da von einem. Mal gucken, was noch auf dem Weg liegt vielleicht oder so. Ja, das bietet sich halt hier immer an. Das, das, das. Da, und dann fährt er hier irgendwo so wieder raus. Und dann müssen wir ganz da hin. Wollen wir das einfach nur so zack machen? Dann hält... Also wir könnten hier halten, können da... Hätten auch noch hier halten können. Aber egal. Maximal sieben. Wir machen jetzt... Ach, das ist eben eine kleine Route. Warum ist denn hier? Achso, kann man auch ändern, weil man Bock hat, ne? Machen wir jetzt mal nicht. Fast, aha. 75% der Haltestellen haben wir schon verbunden, glaube ich, oder... Oder keine Ahnung, was war das jetzt hier? Mit deinem Streckennetz. Ist aber gut, eigentlich haben wir da schon... Ich dachte, da wäre vielleicht sogar mehr. Keine Ahnung. So, dann müssen wir jetzt wieder... Haben wir noch welche frei hier? Ich weiß es nicht. Fahrrad zu weisen. Haben wir momentan nicht. Ich könnte wieder irgendwo einen abziehen. Mache ich wahrscheinlich auch. Das ist natürlich immer am einfachsten. Wir müssen auch alle immer im Rundfahrtmodus machen. Also dann... Machen wir das jetzt noch. Ah, 17 Minuten, ungefähr die Folge, ne? Ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht. Nehmen wir vielleicht die 9 wieder. Tickets machen wir aus. Achso, es sind ja nur 5 Haltestellen. Oder was nicht was, ne? Ich habe jetzt auch das Richtige genommen. Stärke 90, ja. Ich könnte die auch mal alle benennen. Die wusste, ich weiß gar nicht, ob ich die benennen kann. Achso, ach ja. So, das klappt doch. Ach, das ist, glaube ich, die ich gerade zugewiesen habe, ja, ne? Großwahrscheinlich. So, kommt. Alles einsteigen. Alles klar. Das ist jetzt nur so eine Linie, die einen zum Hafen bringt. Oh, das hat sie gemeint. Aber schon mal schön Verkehr hier, ne? Das ist echt schön. Ich wollte das nur mal eben schnell hinter mir bringen. 12 Minuten hat man noch Zeit, bis ich in die Saal stelle. Weil ich so weit weg bin. Das ist ja das Ding hier. Ich dachte, das wäre eine andere Straße. Ja, da mache ich mal ein bisschen komisch. Ich wollte irgendwie den Verkehr her. Gegen hinten fährt der Bus so schön lang. Das ist irgendwie lustig. Fahren wir lieber hier außen lang, würde ich sagen. Ja, ein bisschen wieder Minus, Minus, na ja. Ist doch kaum viel. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird nie wieder zurückkommen? Wie ging der Blinker eigentlich wieder aus? Ich verstehe es nicht. So, jetzt kommen wir richtig erst. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Bis hinten der Buster von uns. Ich weiß nicht. Ich meinte, ich habe eher was Rotes gesehen. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch dran? Nee, er ist schon wieder dran. Ja, kann ich jetzt nicht. Ups. Aber es ist gerade geworden. Vielleicht waren wir wieder einen Millimeter noch drüber. Ich weiß es nicht. Über den Zepa-Streifen, nicht über die Ampel eigentlich. Aber hat er noch so erkannt als... Ja, man darf ja auch eine Sekunde oder so, glaube ich, drüber fahren. Gerohlt. So, dann wieder aufgerohlt. Oh, das hat sie gemeint. So kann ich auch, glaube ich, Karte. Weiß nicht, so eine richtige Lichttube gibt es hier nicht. Jetzt hat man das ignoriert, aber dann hört ihr sozusagen wieder auf. Aber dann wird man noch... Ja. Und jetzt könnte ich vielleicht... Jetzt ist eine Ampelfase. Jetzt wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen von meinem Platz. Aufgestanden, meine ich. Und hätte das gemacht, aber naja. Hast du die letzte Folge... Nein, nicht spoilern! Nein, bloß nicht. Eigentlich dafür über 50. Moment, wo ist meine Tasche? So, schön, das Gebühr. Ja. Das war doch alles länger als gedacht. Aber dann trotzdem insgesamt mal eine etwas andere Folge. Hey, was machen Sie so? Das war... Das war... Das war... Ich bin eingeschlafen. Nicht ganz über den Dings gefahren. Ich war überhaupt nicht so lange... Hier, ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen unbesenkt. Oder... Das kommt mir mal irgendwie an. Auch ein Euro-Truck. Keine Ahnung. Ja, nicht zu früh abbiegen. So, jetzt hier. ich krasse gestern ich weiß kein tickets gibt mir manchmal auf die märk bis dann folgen längen die werden immer länger so haben aber nur drei halsschäden sind leicht durch klar die strecken die kennt man ja schon die brüste kennt man also möchte auch alles nicht aus dem tag ist es so gefahren dafür auch noch gar nicht in der letzten folge kam endlich aus dass hans eine zwillingsschwester also denken ja ich wollte aber hier finden dass sie so pünktlich sind ja einige abzüge da ja aber habe noch gutes geld soll ich dir ein foto ich habe wieder nicht drauf Aufgemacht ist das. Gibt's doch besser. Lacht hin, oder? Wie war das noch gleich? Hier muss ich sowieso warten. Ah, stimmt. Es war cool, ja. Guck, guck. So, komm ran da, Mädels. Oder Mädels. Weil nochmal eben... Klar. Ah, der Rollstuhl wird auch kontrolliert so schön. Und Müll habe ich schon mal aufgesucht. So, sind wir gleich fertig. Entschuldigung, würden Sie nochmal die Tür öffnen? Ja. Das natürlich auch noch. Danke. Bitte. Aufpassen. Weder fährt er dann irgendwann mit meinem Bus. Nimm mal, was die selbe Linie ist, ne? Das kann ich mir sogar unlogischerweise vorstellen. Ups, doch noch erwischt. Ich dachte, ich hätte es im Fahren. Boah, naja. Ah, Türkei bis. So läuft's los. Zum Glück ist bald Sonntag. Nur eine andere. Fällt jetzt von dieser Seite so? Ich weiß gar nicht. Da war doch vorne woanders. Aber da habe ich das Gefühl, die werden auch in Werte reputiert. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich stehe noch nicht mal. Sehr pünktlich. Danke. War na klar. So, haben wir das wieder geschafft. Die nächste Mission erledigt. Wiedersehen. Achso, ich habe keine Rundfahrt gemacht, ne? Ah, scheiße. Dann war das ja alles wieder umsonst. Ach, Mist. Shitwarschnitt. Dann haben wir die Mission natürlich nicht geschafft. Dann muss ich das noch offscreen machen. Ich depp. Mein Name ist Johnny Depp. Ja, hier. Äh. Oder habe ich das gerade gemacht? Hä? Warum ist das denn da? Fahr die oben genannten Strecken im Rundfahrtmodus. Haben wir aber eigentlich nicht gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Bustimulator18. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüssi. dran Lithium. Tschüssi. 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 Nach rundherum. Christi.